Ich habe zwei Umschläge, A und B. Sind wir ein Team oder sind wir getrennt? Ihr seid ein Team. Okay. Welche wollt ihr? B. Ja, B? B? Dann bekommt ihr jetzt entweder Quatschfragen oder Sinnfragen. Ihr bekommt Sinnfragen. Super. So, ich würde auf die Uhr gucken und wenn es jetzt gleich um 50 ist, geht's los. Was ist euer Traumberuf? Äh, Tänzer, Sänger oder Fußballspieler. Okay. Was ist eure Lieblingsfarbe? Blau. Rot, Grün und Blau. Wer ist euer Lieblingstänzer? Metzfania. Uh. Lieblingsfach in der Schule? Mathe, Sport. Englisch, Deutsch. Was ist euer Lieblingsdinosaurier? Oh. T-Rex. T-Rex. Was ist euer Lieblingsessen? Pizza. Sushi und Lasagne. Mmh, Lasagne. Welche Musik hört ihr am allerliebsten? Ähm, Amerikanisches. Ja. So, ja. American Hip-Hop. Ja. Okay. Habt ihr Haustiere? Nein. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Oh. Okay. Ich habe auch keine Haustiere. Was ist euer Zahnpasta-Geschmack? Elmex. Natur. Natur. Wie sieht eure Zahnbürste aus? Pink. Blau. Ei. Und fertig. Fertig. Radio Teddy.